Ja, es waren Menschen, die es mal mit Ehrfurcht begegnen noch in der Zeit. Anfang der 60er war es ja so. Das waren Persönlichkeiten und da hat man ja ganz andere Einstellungen noch zu gehabt. Er war höflich, war nicht immer so wahrzunehmen wie nachher Rolf Stauder und Dr. Klaus Stauder, sondern es war ein Patriarch, immer mit Distanz, aber nicht arrogant, sondern so wie man sich das vorstellt, so aus dem wahren Leben, ein Herrschaftshaus. Wenn der Mittag zum Essen ging, wie heute noch, die Familie Staudis ja rüber und da hat man dann diese Eigentümer gesehen. Die Produktion wurde modernisiert. Trotzdem wurden in der Brauerei noch viele Arbeitsschritte von Hand erledigt. Wachstum, Vollbeschäftigung, Wirtschaftswunder. Es waren die goldenen Jahre im Ruhrgebiet. Übrigens das Werden. Wissen Sie, dass alljährlich hier über 11.000 Kinder geboren werden? Ja, es ist lebensvoll, dieses Essen. Versteht sich, dass auch jedes Kind geziemend gefeiert wurde? Besonders die Väter sind da stets sehr stolz. Viele Prosits auf das neue Leben wurden ausgebracht und oft war es ein Prosit mit Stauderbier. Ich wollte eigentlich auch noch etwas länger draußen sein. Ich war noch bei einer Bank tätig gewesen und beim Wirtschaftsprüfer Steuerberater und wollte eigentlich noch ein bisschen mehr im Marketingbereich machen. Das war immer das, was mich wirklich interessiert hat, was auch mein Schwerpunkt dann später war. Und dann starb mein Großvater und auf dem Sterbebett habe ich ihm versprochen, sofort ins Unternehmen zu kommen. Das war so sein großer Wunsch, war natürlich auch eine schöne Bestätigung. Ja gut, dann habe ich das auch gemacht und dann war ich, glaube ich, mit 27 Jahren hier in der kaufmännischen Verantwortung. Aber mein Vater war ja noch viele, viele Jahre dabei. Klaus Stauder war als Jurist für Marketing und Verkauf zuständig. Sein Bruder Rolf als Braumeister für die Produktion. Die beiden Brüder, muss ich sagen, waren ja so grundverschieden. Dr. Klaus war noch nicht so nahbar, wie er sich entwickelt hat. Wie jeder Mensch, der sich in seiner Zeit auch entwickelt. Und Rolf Stauder war geradlinig, der hat noch eine Dichtung am Hof aufgehoben. Und auch wenn wir das Wasser mal zu stark haben laufen lassen, dann hat er mal geschimpft und gesagt, müssen wir zudrehen. Der war so mehr der Sparmann in der Brauerei, der hat noch ein bisschen auf diese Dinge geachtet. Einig waren sich die Brüder aber darüber, dass ihr Bier ein neues Image bekommen sollte. Kleiner, aber feiner. So sollte das Bier aus alten Essen unverwechselbar und überlebensfähig werden. Weniger Masse, höhere Qualität. Der Slogan dazu lautete, die kleine Persönlichkeit. Diese kleine Persönlichkeit, wir haben ein bisschen geholt in den Kellern, immer nicht mit dem Dr. Stauder zusammen, nicht mit mir alleine, sondern die Persönlichkeit war zu der Zeit, Rolf Stauder war ja ein großer Mensch und Dr. Klaus Stauder war halt für uns die kleine Persönlichkeit. Anfangs war die neue Marketingstrategie durchaus riskant. Was ich immer gerne erzähle, wie wertvoll es war, dass mein Vater mir freie Bahnen gelassen hat und mich hat machen lassen, obwohl da manche Dinge wirklich wahrscheinlich dabei waren. Der ganze Umbau der Marke und Neustrukturierung der Marke, was für ihn auch, vielleicht nicht unerwartet, aber ungewohnt waren. Und wir haben uns später dann in der Woche ein, zwei Mal mit meinem Bruder getroffen, haben wichtige Dinge besprochen, auch mit leitenden Mitarbeitern. Also er war drin in den Themen, aber er hat nicht ernsthaft versucht, mich von wichtigen Dingen abzuhalten. Mein Großvater hätte das bestimmt versucht. Dass Stauder das große Brauereisterben im Ruhrgebiet überlebt hat, liegt sicher auch an der Zusammenarbeit der ungleichen Brüder. Wir haben uns immer verstanden, auch wenn wir vielleicht mal unterschiedlicher Meinung waren, vielleicht ganz selten sogar uns ein bisschen geärgert haben. Aber ich habe nach dem Tod meines Bruders dankbar sagen können, es hat nicht einen einzigen Tag in den mehr als 40 Jahren, in denen wir das Unternehmen geführt haben, gegeben, an dem wir nicht miteinander hätten reden können. Und ich denke, das ist überzeugender, kann man eigentlich nicht darlegen, dass wir uns im Grunde genommen sehr gut verstanden haben. Der Zusammenhalt in der Familie war besonders in den harten Jahren der Brauereikrise wichtig. Auch heute trifft man sich regelmäßig im kleineren und größeren Kreise, so wie hier auf Schloss Hugenpoot. Den Inhaber kennt die Familie schon seit Jahrzehnten und die Getränkewahl ist kaum überraschend. Also zunächst einmal muss es gewisse Gemeinsamkeiten über die Generationen geben. Also ich glaube, ohne ein gewisses Grundverständnis über die Generationen hinweg, das sich auch vererbt, geht das gar nicht. Und eine gewisse Grundharmonie der Familie muss auch dazu kommen. Und ansonsten sind das natürlich immer Individuen, jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Die Stauder Werbespots spiegeln die Lust an immer neuen Verkaufsideen. Wo ist es? Das Leben wird nicht leichter, aber es wird immer besser belohnt. Staudert geht's. Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich bin 1981 auch in den Außendienst gekommen. Verkäufer in der Brauerei. Zu Hause mit meiner Frau besprochen, die war Bankkaufmann. Ich sag, wenn ich mir jetzt Anzüge kaufen und mit der Aktentasche, hab ich dann zum Geburtstag Geschenk gekriegt. Und dann bin ich da angetreten, als Bierbrauer auf einmal in den Außendienst. Ich hab einen netten Direktor bekommen, Alfred Lüsse, der war ein gestandener Verkaufsleiter. Und der hat mich dann an die Hand genommen. Und dann hab ich es an sich recht flott gelernt. Mit Menschen konnte ich umgehen. Und als Kaufmännisch. Und am Wochenende bin ich zum Mitarbeiter gefahren, der mich dann so ein bisschen mit Wirtschaftlichkeitsberechnung und so was, da musste ich ein bisschen noch lernen, dann eingebracht hat. Aber ich war mehr der Bierbrauer, der Mensch, der in die Kunden und hab auch Verträge bekommen. Die haben die Leute unterschrieben und ich hab's auch glaubhaft dahinter gestanden. Zu den traditionellen Kunden gehört die Gaststätte Amphütte in Essen. Auch ein Familienunternehmen, das heute in vierter Generation geführt wird. Die Gaststätte Amphütte und die Stauderbrauerei waren eigentlich immer in einem guten Verhältnis zueinander. Und über alle Jahrzehnte mein Opa, mein Uropa, mein Vater, die hatten immer Stauderpilz. Also hab ich mir natürlich gedacht, als ich den Laden übernommen habe, warum sollte ich da jeweils was dran ändern. Patrick Amphütte ist hier groß geworden. Schon früh hat er erlebt, wie wichtig auch in einer Gaststätte Tradition ist. Für viele seiner Gäste ist es entscheidend, dass das Bier, das sie trinken, einen vertrauten Namen hat. Ich sag mal, die Alteingesessene, die interessiert das schon. Also die sind halt auch mit Stauder aufgewachsen und ja, die wechseln auch ihre Biermarke nicht mehr bis zu ihrem Ableben. Bei dem jüngeren Publikum sieht das natürlich anders aus. Tendieren mehr so zu Trendgetränken und aber im Grunde genommen, ja, sie trinken dann auch Stauderpilz. Weil irgendwo ist immer noch so ein bisschen Lokalpatriotismus in jedem vorhanden, sei es beim Fußballverein, sei es beim Bier. Die Stauders spielen gern Tennis. Als Klaus Stauder als Kind damit begann, galt Tennis noch als vornehmerreiche Leutesport. Im Gegensatz zur Mutter teilte sein Vater das Hobby nur begrenzt. Auf der einen Seite hat er sich ja gefreut, dass ich Sport gemacht habe. Aber noch mehr meine Mutter, die auch eine sehr gute Tennisspielerin war. Sie hat auch in der ersten Mannschaft von Etuf Essen gespielt, bis sie geheiratet hat. Und das hat sie in sehr jungen Jahren gemacht, insofern hat sie sehr früh aufgehört. Aber da gab es natürlich das Verständnis in die Beziehung zum Tennissport. Ja, meine Mutter hat mit mir so lange Tennis gespielt, bis ich sie geschlagen habe als Junge. Da hat sie noch mal angefangen. Und da hat sie gesagt, ich spiele so lange mit dir, bis du mich schlägst. Und irgendwann war das natürlich passiert. Und dann hat sie den Tennisschläger an die Seite gelegt und hat sich auch dann auch gefreut, wenn ich ganz gut gespielt habe. Später als Unternehmer blieb Klaus Stauder dem Tennis ehrenamtlich verbunden. 1985 wurde er Präsident des Deutschen Tennisbundes. Ein besseres Timing hätte man sich kaum vorstellen können. Boris hat 1985 mit seinem ersten Bimmeln sich die Lawine losgetreten. Was noch genau, als ich damals zu meiner Frau gesagt habe, Boris weiß bestimmt noch nicht, wie sich sein Leben verändert. Nur ich weiß, dass er meins wahrscheinlich entscheidend verändert hat. Genauso ist es gekommen. Von dem Tag an setzte er eine Entwicklung ein im deutschen Tennis, die, glaube ich, nie jemals jemand vorausgesehen hätte. Und mittendrin Klaus Stauder, der Mann, der so heißt wie sein Bier. Ein unbezahlbarer Glücksfall für das Schicksal der Marke. In dieser Phase, als das deutsche Tennis die zwei besten Spieler der Welt hervorbringt, ändert sich auch das Marketingkonzept im Sport. Die VIP-Lounge entsteht. Die Reichen und Prominenten sind gern unter sich. Wenn auch noch auf Plastikstühlen. Als Präsident des Tennisbundes trifft Klaus Stauder Persönlichkeiten aus Showbusiness, Sport und Politik. Und dann lässt er auch sein Pilz zum Gipfelsturm antreten. Der richtige Mann dafür ist Peter Adomat. Und dann hat man mich ausgeguckt und dann ging es am anderen Morgen, sonntags morgens los. Mit so einem Lambocini, der Pressefotografer aus Frankfurt, hat mich dann abgeholt. Dann haben wir uns morgens im Käfer getroffen mit den ganzen Spitzenküchen. Erstmal Champagnerfrühstück gemacht. Und ich saß da so als kleines Fürstchen. Ich war selbstbewusst, aber es war schon toll. Dann sind wir nach Kreinau zu der Zugspießbahn gefahren. Ich musste die ganzen Zapfanlagen und alles mitnehmen mit meinen glatten Schüchen. Dann über den Gletscher einen Standpunkt zu suchen. Dann sind wir da hoch. Ich habe das aufgebaut. Die Terrasse da oben war nach der alten Plattform freigemacht. Und nachher gibt es Freibier. Und abends sind wir dann nach der gelungenen Aktion, Wetter war prima, sind wir dann ins Oktoberfestzelt gefahren. In der Wibloggenstadt durfte ich mit. Dann habe ich, glaube ich, einen so einen Maß getrunken, vielleicht auch zwei, aber da war ich so alle. Damals kam Klaus Stauder häufig in die eleganten Hotels in Deutschland. In vielen guten Häusern konnte er sein Bier heimisch machen. Über viele Jahre Außendienst sind dabei vertraute Beziehungen entstanden. Ich führe mit ihm sehr viele Gespräche. Ich erdappe mich immer wieder, dass, wenn ich mit ihm spreche, auch sehr persönlich werde, auch sehr offen zu ihm bin. Das zeigt, dass er Vertrauen auch ausstrahlt. Und ich glaube, das ist heute nicht oft zu finden, dass man Menschen, mit denen man sich nicht als Freund bezeichnet, denn ich glaube, mit dem Wort sollte man sehr vorsichtig umgehen, sich anvertraut. Und das ist mir oft passiert, gerade heute wieder passiert. Und das zeigt mir, dass er ein Mensch ist, den man braucht. Heute liegt das aktive Geschäft der Stauderbrauerei in den Händen der jüngeren Generation. Es wirkt selbstverständlich, dass die sechste Generation auf die fünfte gefolgt ist. Aber diesem Schritt gingen doch lange Überlegungen voraus. Ich stand dann so 2003, 2004 mit meinem Väter zusammen vor der Entscheidung, was machen wir jetzt. Unsere Väter waren an der Altersgrenze, wo die Entscheidung auch anstand. Und wir haben uns dann sehr eng abgestimmt, haben viele Gespräche geführt zusammen mit unseren Vätern, mit Mitarbeitern, haben die in die Zahlen und Unterlagen gewälzt. Ich weiß noch, wir haben uns einmal in einem Hotel in der Stadt getroffen, wo Axel wohnte, haben wirklich mit einem Kasten Stauderpilz unterm Tisch stundenlang bis tief in den Abend alle Unterlagen durchwälzt und haben uns dann zusammen entschieden, wir machen das zusammen. Und wir glauben daran, wir finden das eine tolle Sache und fangen gemeinsam im Familienunternehmen an. Also, auf den Grimmaß. Väter näherten sich dem 65. Lebensjahr, da war das planmäßige Ausscheiden angedacht. Und im Vorfeld haben wir uns dann sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, in das Unternehmen einzusteigen, haben viele Zahlen gewälzt, haben uns mit dem Markt beschäftigt, haben die ganzen leitenden Mitarbeiter des Hauses intensiv kennengelernt und haben in einem ungefähr einjährigen Prozess uns sehr, sehr intensiv mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, um dann bewusst sich dafür entscheiden zu können. Vom Herzen her hätten wir uns sofort dafür entschieden, aber wir wollten es eben auch bewusst aus Vernunft heraus tun. Ich bin nicht gefragt worden, meinen Sohn habe ich vor allen Dingen deshalb gefragt, weil er eine hochdotierte und sehr, sehr gute Position im anderen Unternehmen hatte, mit 34 Jahren das Controlling eines großen Unternehmens weltweit leitete. Und da muss man diese Frage stellen. Und wenn man sie dann so schön beantwortet bekommt, dann freut man sich. Und da muss man sich. Das war's für heute.